Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 20. Januar. Ja, wir haben schon den 20. Januar, die Zeit verrinnt, wieder geschwind. Aber nichtsdestotrotz, das Wochenende steht vor der Tür und wir wollen mal sehen, was die Währungsmärkte machen. Die verhalten sich bis auf den Yen relativ zurückhaltend, obgleich die Ausschläge heute wirklich überschaubar sind. Und ich gebe hier nochmal den Hinweis vorab, bevor wir uns den heutigen Underlines widmen, British Fund und eben dem US-Dollar Index, dass hier die Edelmetalle auch nicht uninteressant ausschauen. Da schaut es euch am besten mal den Beitrag aus dieser Woche schon mal an. Da hatten wir Gold und Silber ja schon mal in der Beschau. Und diese, ja, die hängen jetzt hier gerade genau an den entscheidenden Marken, die wir damals genannt hatten, hier herum sozusagen. Also, der Punkt ist der, dass wir uns jetzt das Fund mal anschauen wollen. Warum? Ja, wir hatten die Woche ja mit der Rede bzw. Einschätzung von der Premierministerin May ja einiges erlebt und erleben dürfen. Starke Movements beim britischen Fund. Schauen wir uns das kurz hier nochmal im Chart an. Letztlich muss man sagen, über Umwege wurde die Strecke eingefahren, die wir auch favorisiert haben. Sprich hier vom Unterstützungsniveau um 1,21,20 letztlich hier ein Lauf nach oben. Man darf gespannt sein, ob wir hier nochmal ein Stück weit in Richtung 1,24 plus gehen. Grundsätzlich hier mit dem Down Gap dieser Woche, ja, das war natürlich schon erstmal der erste Rückschlag. Und dann aber auch gleich Test des Levels 1,20. Hochinteressante Situation. Man hätte hier tatsächlich einen spekulativen Move wagen können, obgleich die Volatilität eben hier am Dienstag auch hätte hier durchschlagen können nach unten. Aber es manifestiert sich hier der Bereich von 1,20 als interessante Unterstützung. Das hatten wir ja auch zu Beginn der Woche beleuchtet. Gerade im Big Picture Schart die 1,20 sehr, sehr interessant. Und nichtsdestotrotz kam es hier zu einer schönen Bewegung, dass die 1,20 eben verteidigt werden konnte. Und wir haben jetzt hier die Attacke nach oben gesehen, müssen jetzt hier aber ein kleines Update fahren. Und die Frage ist eben, wie geht es jetzt weiter? Von der Saisonalität bekommen wir überhaupt nichts. Das ist hier eine Oszillation um 0 mehr oder weniger oder Mittelwert. Wir haben hier sowohl in der 24-Stunden-Beschau als auch hier 7 bis 22 keine wirkliche Tendenz ableitbar. Das heißt, das britische Fund kriegt hier weder Rückenwind, positiver oder negativer Natur. Schartechnisch ist der übergeordnete Abwärtstrend natürlich noch intakt. Und wenn ich mir das aktuelle Bild anschaue, könnte ich mir doch vorstellen, dass wir eben hier nochmal einen Dip nach oben sehen, um dann eine mögliche Schwäche wieder zu erleben. Das leite ich auch aufgrund des US-Dollar-Indexes ab. Heute Abend, ja 18 Uhr, dann auch Mr. Trump seinen Antritt. Ja, man rechnet mit Demonstrationen, man rechnet auch mit vielerlei Bewegung möglicherweise. Am Ende ist eben doch alles schon eingepreist weitestgehend. Und wir warten mal ab, wie dann der Wochenausgang letztlich noch verläuft. Es könnte volatil werden ab 18 Uhr, aber grundsätzlich denke ich mal nächste Woche noch umso spannender. Letztlich mal abwarten, was heute passiert. Wir haben von der FUZI-Vektorlogik vom Wochentag nicht wirklich Positives. Heißt, es könnte heute tatsächlich zu einer Schwäche kommen. Wenn dieser Eintritt, dann vielleicht die gestrigen Tiefs und die Tiefs des Vortages. Dann aber doch hier durchaus nochmal eine Attacke in Richtung 1,24 möglich. An diese Abwärtstrendlinie, an diesen Horizontal-Widerstandsbereich. Und wenn wir diesen Tuschieren auch mal dippen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es hier nochmal nach Süden geht. Und sozusagen hier der US-Dollar nochmal Stärke erfährt. Oh, ergo, britischer Fund hier vielleicht ein Stück weit Schwäche noch. Dann haben wir hier den Doppelmatch, was dann entsprechend eine Abwärtsbewegung begünstigt. Und wenn wir hier nochmal 1,20 anlaufen, ja, dann wäre das natürlich ein Level. Also, was hier die ganze Geschichte nochmal sehr interessant macht, im Sinne dessen, haben wir hier einen Dreifachboden. Bauen wir hier eine richtig massive Unterstützung auf. Sehen wir dann vielleicht auf Tagesbasis sogar Divergenzen diverser Natur, die hier unter Umständen, und Sie sehen hier eine schöne Divergenz, Oktober-Tief, Preis-Tief, hier ein neues Tief. Ne, was erzähle ich gerade? Das war ein Mehr-Wochen-Tief, ja, aber kein neues Preis-Tief, weil das Oktober-Tief hier bei 1,1915 Rund eben hier schon ein signifikantes Tief war. Divergenzen dann daher nicht ableitbar, aber wenn sie denn kommen sollten, könnte man hier sozusagen damit unter Umständen versuchen, was einzufangen. Wie gesagt, Indikatoren nur die halbe Wahrheit, weil sie ja letztlich immer auf dem Preis sich ableiten lassen. Insofern die große Beschauung natürlich hier wichtig, aber wenn es Divergenzen gibt, kann man hier unter Umständen nochmal zuschlagen auf der Long-Seite. Doch kurzfristig sehe ich eben hier eine mögliche Schwäche, nachdem die 1,24 nicht überwunden werden kann, geht es über 1,25 raus, Round Number, auch deutlich über diesen Widerstandsbereich 1,24, der sich hier sehr, sehr schön ableiten lässt. Also das ist definitiv eine Price-Action-Zone, wo man sagen muss, wenn der da drunter bleibt, bleibt das definitiv bärisch. Ein Ausbruch könnte hier zu einem Short-Squeeze führen und dann relativ zügig in Richtung 1,2850, 1,29. Hier haben wir natürlich den nächsten Widerstandsbereich, wo das britische Fund sich rein technisch den Kopf stoßen müsste. Ja, da haben wir die Zone und dann werden wir mal sehen, was passiert, wenn es denn so kommt. Aber britischer Fund, wie gesagt, eigentlich kurzfristig nochmal mit einem Dip meinetwegen nach oben. Ja, könnte auch heute passieren, grundsätzlich aber dann eher wohl wieder schwächer. Intraday-Technisch, ganz kurz bevor wir auf den US-Dollar-Index eingehen, wir sind oberhalb des Pivots. Das ist relativ bullisch sozusagen, aber wir haben ein Pattern der Fuzzi-Vektor-Logik. Sie sehen es hier, bärischer Natur für den heutigen Tag mit 441 Erscheinungen. Das ist eine Hausnummer. Wir haben das theoretische Tageshoch heute schon überschritten. Ja, es sind aber am Resistance Level 1 exakt gescheitert. Das macht es interessant. Insofern kann es durchaus ein Movement nach unten geben. Wäre für mich aber speziell erst interessant, wenn wir hier signifikant neue Tagestiefs machen. Hatten wir bisweilen schon kurzfristig gesehen. Aber hier auch die Maßgabe, wenn es unter den Pivot-Point gehen würde, wäre es umso interessanter. Das technische Tief heute 122,11. 122,58 dann der Close. Das wäre hier im Bereich dieser Zone gut vorstellbar, dass das passiert, wenn wir hier ein neues Tagestief machen. Bleiben wir oberhalb des Pivots, kann es hier ein Rumgeeiere geben während des Tages. Machen wir ein neues Tageshoch, dann hat sich das Setup gänzlich erledigt. Aber das bleibt mal abzuwarten. Bislang hier ein Stück weit unentschlossen. Wie gesagt, die Ausschläge halten sich in Grenzen. Von den News her haben wir... Hoppala, heute ist der Freitag, genau. Von den News her haben wir jetzt hier am Nachmittag nicht mehr so die Welt zu erwarten. China-Daten sind reingekommen. Also die Reaktionen waren alle relativ übersichtlich. Letztlich hier das für heute interessant. Und da sehen wir, dass es grundsätzlich jetzt hier nicht die großen Moves geben dürfte. Bis auf den kanadischen Dollar, 14,30. Da kann wieder ein bisschen Volatilität reinkommen. Ansonsten hier die Amtsanführung. Und das war es dann auch schon. Also insofern hier bis auf Trump und Cut nichts wirklich Bewegendes. Und insofern das britische Fund auch ein Stück weit, ja, vielleicht am Freitag mit Vorsicht zu genießen. Nächste Woche bieten sich ja definitiv andere Chancen auch noch an. Nächste Woche dann auch noch den ein oder anderen Seasonal Trade auf Swing Basis. Die, die gestern, nee halt, die war im Devisenrader Webinar am Mittwoch dabei waren, werden es wissen, dass wir hier sozusagen da auch schon mit dem kanadischen Dollar noch das ein oder andere Setting kreiert haben. Jetzt aber zum US-Dollar-Index. Ergo, wir haben eine Erholung beim Euro gesehen, auch eine Erholung beim Pfund. Aber primär natürlich durch die May-Rate. Aber der US-Dollar kam hier zuletzt zurück, hat hier einen schönen Widerstandsbereich aufgebaut um 143. Das können wir auch direkt als Widerstandszone mal deklarieren. Beziehungsweise hier den Widerstandsblock mal oben setzen. Ja, das ist hier erstmal die Hürde. Und ja, wir haben gesehen, dass es nach einer letzten Einschätzung relativ punktuell zu einem Touch der 100-Punkte-Marke kam. Von diesem Level ist der US-Dollar-Index, der hier den Außenwert darstellt, des US-Dollars gegenüber sechs verschiedenen Währungen, wieder zurückgekommen. Und jetzt sind wir hier genau an dem Punkt, dass wir wieder so knapp über der 100-Punkte-Marke rumdillern. Im Grunde genommen geht der Markt jetzt hier nochmal runter. Ergo nochmal ein Dip nach oben beim Euro, nochmal beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Könnte es hier, wie gesagt, nochmal eine Bestätigung des Levels um 100 Punkte geben. Dann aber kann ich mir vorstellen, dass der US-Dollar-Index hier nochmal versucht, nach oben durchzustarten. Und das dürfte dann hier eben zu dem Test der ehemaligen Hochs führen. Schrägstrich der Widerstandszone um 103, 30, 103, 40. Signifikante Preise unter dem Tief hier vom Dezember würde ich dann aber eher mit Vorsicht genießen. Kann zu einem Test dieser Trendlinie führen, beziehungsweise dann auch zu einem Test der Unterstützung bei rund 97 Punkten. Wäre wie gesagt unschön, wenn der Index sich hier unter dem Level von 100 Punkten versucht einzunisten. Da müsste man dann durchaus von einer Schwäche rausgehen. Das bleibt aber wie gesagt nochmal abzuwarten, weil ich bislang hier beim US-Dollar-Index-Aufsicht der nächsten Tagewochen hier durchaus noch einen kurzfristigen bullischen Bier sehe. Das sozusagen mal zur Einschätzung der britischen Pfund US-Dollar und US-Dollar-Index-Lage. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Gestern das Webinar, der Live-Event mit Jay kam sehr, sehr gut an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Feedback. Für alle die, die das gestern verpasst haben auf unserem YouTube-Channel, können Sie dies sehen. Speziell auch hier auf unserem JFD-Desktop ist auch hier das Video abrufbar, beziehungsweise hier unser YouTube-Channel auch direkt erreichbar. Und wie gesagt, das fand gestern sehr, sehr guten Anklang. Freue ich mich nochmal, fand ich auf jeden Fall prima. Ansonsten auch hier gestern nochmal die Augen geöffnet in Sachen Core-Spreads. Spreads generell, auch Ausführungen von Trades. Ihr wisst, JustFanDirect, JFD Brokers, der Name ist Programm. Deswegen testet uns, wenn ihr sozusagen das alles mal live erleben wollt, mit einem Demo-Konto oder natürlich Live-Account. Ich sage jetzt erstmal vorab, ein schönes Wochenende an alle Zuhörer, Zuschauer. Wenn ihr mögt, hören wir uns auf jeden Fall am kommenden Montag wieder zum neuen JFD-Devisenradar mit einer neuen Handelswoche. Und in diesem Sinne viel Erfolg bei allem, was heute noch ansteht und natürlich am Wochenende. Beste Grüße, euer Chris. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.